Aber ich komme immer nicht auf den Namen. Das ist aber nichts für euch. Das ist eher für ältere Herrschaften. Einfach nach Hamburg fahren, dann fragen wir nach einem verrückten Türken im Bett in der Pyjama, der mit der Zange Chips ist. Was sehr genial. Der mit der Zange Chips ist und damit 1500 Euro Schere Haare schneidet. Oh mein Gott, das klang fast wie Zamasuherzblatt. Stimmt.